Ich habe heute ein Fotoshoot mit KUKAZU und nehme euch mit. KUKAZU hat uns sogar eine Karton-Magazin geschickt, wie nett. Als wir da waren, haben wir einfach ein ganzes Buffet bekommen. Und ein sehr leckeres Buffet. Ich habe mir ja sofort eine Capri-Sonne geschnappt. Einfach mein erstes Callsheet. Wir durften sogar noch exklusiv ein paar Schulrenze sehen. Dann kam sogar eine Stylistin, total schön frisiert. Noch ein bisschen Lipglas und dann fing es schon an. Ich habe erstmal alleine einen Fotoshoot gemacht. Spät hatte ich eins noch mit zwei anderen Kindern. Das hat einfach so viel Spaß gemacht. Alles sah einfach so cool aus. Und alle waren einfach so nett. Hier sind nochmal zwei von meinen Designs. Dann nochmal eine kleine Capri-Sonne-Pause. Natürlich mit Kinder-Country. Okay, das ist mein Fave-Bild. Ihr müsst schon sagen, das sieht alles so cool aus. Und das war es auch schon. Bye! Tschüss. Djibatp-Sonne-Pause. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.